ja freunde was geht ab und herzlich willkommen zu diesem kurzen video hier ja wir haben was ganz feines und zwar haben wir eine super mädchen geschehen ist einfach spontan mit euch öffnen will weil ich bock habe und ich hoffe dass da was gutes kommt eine letzte fehlt mir noch und zwar das ist friedhof der kommt jetzt easy kommt erst mal 7000 gold nehme ich gerne mit ofen spiel ich jetzt nicht so oft hier goblins sind ganz okay finde ich diese da diese legendäre ja voller kommt gibt mir eine gute biete 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 auch nur freunde geht mal kann wohl selber drei exilien nur auch legt mich doch naja und immerhin legendär wie aber ich ziehe nur dieses perfekte drecksholz alter und ich spiel das nicht ich spiele das nicht und dann noch dunklen prinz naja naja an der blitzruhe naja vorne ich kann ich ja kurz noch mal meinen account hier zeigen deck ist ungefähr so lieben denke ich mal und hier das sind meine legendaries ja kam voll das einzige ist der wir drei traurig der hat wieder fehlt noch werde ich geil wenn das friedhof gekommen wäre öffentlich warte ich auch einfach mal bis das irgendwie im shop kommt oder so ja gerade ein leckeres angebot aber auch genial drauf denn und ich habe auch schon genug wirklich aussehen heute nicht beimachen freunde auf hier verlangen für zuschauen und ja wir sehen uns im nächsten video oder rein oder rein oder rein oder rein Untertitelung. BR 2018